Grüezi! Eine Frage voraus. Was würden Menschen unbewusst retten, wenn die Wohnung brennen würde? Fotoalben. Warum? Die Erinnerungen sind emotionale Zeitzeuge, somit einzigartig. Mein Name ist Franco Greco, ich bin ein Zeitbewahrer und professioneller Filmproduzent und Fotograf. Meine Leidenschaft und Berufung ist es, einzigartige Geschichten zu produzieren, um andere Menschen zu begeistern und weiterzubringen. Und wie setze ich das um? Einerseits muss man den Menschen gerne haben. Meine Stärke, genau hinzuhören und das Erleben und das Verhalten des Menschen zu beobachten und zu verstehen. Andererseits muss man technikaffin sein. Meine Neugier, die ständig neuen Entwicklungen schnell und effizient umsetzen können, und damit Interessierte zu befähigen. Wenn man diese zwei Welten versteht und lebt, dann entstehen einzigartige, erfüllte Kundenergebnisse. Ich bin Franco und freue mich auf ein baldiges Vorstellungsgespräch. Noch etwas, schauen Sie ab und zu wieder mal ein echtes Fotoalbum an. Mit der Familie. Bis bald!